Ein Bruder betete in der Moschee nach dem Taslim, Taqabbalallah zu rechten und Taqabbalallah zu linken. Kennt ihr? Das ist keine Sunna. Taqabbalallah zu einem, der Baat hatte und richtig nach Sunna war, hat er seine Hand weggeschlagen und sagte, weißt du nicht, dass es keine Sunna ist? Dann sagte der andere, und ist Verachtung und Beleidigung von der Sunna, was du gerade gemacht hast.